Inwiefern? Ich würde eher sagen von Hero2Zero. Ich weiß nicht, ob uns das irgendwas bringt. Au! Aha! War schon mal jemand von euch drüber? Vorher? Ja, ich bin in der letzten Safe Zone, glaube ich. Das ist die letzte. Ach, hätten wir doch jetzt ein Bett hier, ey. Da ist ein Bett! Ja! Ja! Fuck, ich war die ganze Zeit gemutet. Ja, da ist das Bett, das habe ich ja dahingestellt eben gerade. Ich wollte gerade fragen, bist du eigentlich noch da? Okay, unsere... nur blöd, dass wir es hier überhaupt nichts haben, ne? Quatsch! Ist doch super! Super Knorke! Knorke! So, wo geht denn das jetzt hier weiter? Oh, hier ist ein Goldblock! Da auch. Wo seid ihr? Jetzt drüben bei dem Bett, was du geprägt hast. Am Arzt, der Welt! Also, ihr seid jetzt genau bei mir. Okay, genau. Jetzt hier nach unten gehen und dann einfach immer geradeaus. Ich habe aber ein Eisenschwert dabei. Ja, ich weiß, das habe ich da extra für euch da gelassen. Und vier Herzen. Ich habe zweieinhalb. Und ich bin hier unten, ist ein bisschen Partei und so. Oh! Eine einzige Kanone haben die von uns geschlossen. Die schießen von drüben, die Schweine! Was, wo? Da! Na ja, wir können, wir dürfen uns nicht beschweren wegen dem Schießen. Die haben einfach schon Eisenrüstung, Alter! Oh, ich dachte, ich hätte einen Enderman erwischt. Oh, da ist ein Creeper! Oh, und ein Schleck! Oh, und noch ein Creeper! Komm, explodieren bitte! Oh, auch noch ein Creeper! Wo seid ihr denn jetzt alle hier unten in der Höhle? Ich war die ganze Zeit noch gerade oben. Nein, die Woche der Hälfte! Ich würde sagen, wir müssen das erst mal ein Rüstung holen. Wollte erst einmal hinter ihr Vorsicht. Ich bin einfach zu blöd aus der Entfernung zu treffen. Es gibt es nicht. Einigkei, einigkei. Alter! Alter, da sind viele Monster! Wer hat bitte diese Map entwickelt und ich bringe ihn nur um? Ich mach mit! es gibt ich habe nicht alles ab und haben wir ja noch vor allem Jahr halt nicht mehr wirklich sorry ein wenig ich jetzt fange ich auch noch an die Monster von drüben um zu schießen halten mit voller Eisenruss und hat er hat er er hatte sehr wenigstens in Lava gestorben nein wenn wir es nicht aber immerhin vielleicht ist ja irgendwas gelungen verloren gegangen als viel aus der Welt auf Bord bitte hat denn Eisenrüstung an gehabt BZ hat die beiden haben leider die beiden haben sogar mit beiden Rüstungen nicht wird aber ich denke ich ja ich denke der nicht kann einfach nur gebildet denn es kann nicht sein dass die einfach einfach mal so rum ich habe es sich gehört weiter ich bin so derbe schlecht ausgerüstet was haben wir hier in der Box und Eisenschwerter Wanderdruck also eine Eisenschwanderdruck so und Essen ich bin weil jetzt sind wir dort nur um also unter den Hoden jetzt ist es nicht wichtig es ist von die Ruhe ist die Kölner drüben gucken auch hier hat er unter er hat einfach ein ich habe fast runtergelaufen das ist ein paar für sich ich schaue das war noch ja aber wir brauchen Blöcke um nach da drum zu kommen ja ich habe glücklich ich habe ich blöcke und da kommen nach ich habe auch richtig viele Blöcke zwei Stück da drüben ist da drüben und da drüben die anderen haben die Rolle schon gerne schon einen Weg rüber gebaut und das ist eher negativ aber wir können uns dann auch darüber bauen und da ist auch noch mal einer glaube ich oder oder ist das kein ist das gar keine nach machen wir eben eine Brücke aus Solzern auch genau können uns ja drunter schießen wir auch langsam sind ich mache schon mal den Anfang hallo für uns gehört passt einfach das Lied von Zero to Hero ich sag's euch inwiefern ich würde eher sagen von Hero to Zero ja ja guck die haben sich auch mit Soulcent drüber gebaut ich habe noch elf ok ich habe noch zwei ein das kann sich platzieren naja machen wir weiter so ist es dann gleich zurück er das ist die Frage wenn ich jetzt den Block ne wer stirbt am wenigsten oft ja komm nehmen wir einfach alle welche dann ist es dann ist es ist die Chance höher dass einer zurückkommt ja schon warte hier nimm du auch nochmal drei Stück hier so das heißt wir setzen sich eigentlich fast alle Gebiete nochmal durchgehen ja ich würde sagen wir gucken erstmal wie viele sind wolle gab es insgesamt vier oder aber wo soll die anderen noch sein frage ich nein drei Wolle 3 echt ich bin aber auch 4 ich weiß ich war nicht da oben wenn er nur drei Platz sind dann brauchen wir halt jetzt nur noch gleich eine ja ok und das ist dann blau die anderen ja auch ne ich hab kein Schwert ja ich bin tot sorry wie du einfach die Elf des Lebens aufgezogen hast Alter war das knapp die Spinne hat mich fast runter gehauen na für mich war das nicht knapp für mich war das einfach nur scheiße ich glaube ja dass die Wolle wirklich da drüben unter dem Gas Spawner ist die letzte noch ja da bin ich nämlich gleich gerade mal auf dem Weg kennen aber ja glaubt nicht das wohl doch doch wo soll die denn sonst werden geht da weg ihr müsst wie ich ja Alter dauert das warum nehme ich eigentlich einfach einen Block zum Hochbau und ich bin so klug das nicht ich bin wie auf Blöcke runtergefallen ich hätte noch ein halbes Herz da müsste jetzt irgendwo auf der ersten Terrasse meine Sachen liegen nachher habt warum ist nicht dein Eisenschwert dabei da liegt ich will es haben au lass mich in Ruhe du Kackskelett ich darf jetzt nicht so aus Versehen rüberspringen auf einen Wasserfall von denen und da rüber gehen oder nein darf ich nicht ne ne aber wenn das so ganz aus Versehen ist ne ja das wäre ja aus Versehen gewesen ich verstehe das doch nicht ich hab noch ein Herz ich bin tot warum super warum kann nicht mal einer die Monster ausstellen das ist ja schrecklich ist das wie soll man denn so spielen aber echt au 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 was man das jetzt au 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 aaa nein Max kannst du mal gucken ob du an unsere Sachen kommst da waren nämlich ein paar wichtige Sache und wichtige Sachen dabei mein Bestes ich bin nur leider auch gerade gestorben nein warum denn warum tust uns das an warum habe ich das Fall jetzt gar keine Wolle mehr das ist jetzt so super leistungsweise so gut ja ich hab auch gerade was Gutes gemacht ich habe anstatt Pfeile habe ich Fackeln mitgenommen ne oder was los mit uns nicht so aua warum sind hier so viele Monster au oh ne das war jetzt nicht unser Ernst ey wir hatten den Sieg schon sicher eigentlich eigentlich oh nein bei unserer Alpenbasen zwei Skelette und ein Küper ich will da nicht hingehen aber da sind die Diamanten Diamanten wo die Sieg von sich der Mann die wir hatten wo Stemper dieser Schlese Le wo wir uns beeilen nicht dass die Blöcke die Sporne haben wir da war auch noch wollen oder haben wir alle die Hände haben alle mitgenommen wir hätten vielleicht jeder einfach nur eine mitnehmen sollen wäre eine Idee gewesen man kommt überhaupt nicht da überhaupt in die Nähe also ich jedenfalls nicht so so ich nehme jetzt die Gärten mit gut wait what immer noch Eisen mit wenn er noch was ist Alter da unten bin ich gerade das sind gerade mal er hat sich gelernt es ist schrecklich ist ich versuche es mal hier außen da sind noch nicht ganz so viele das ist natürlich das ist ich kann das ist ich finde ich habe die Diamanten gut vor Ort ist auch der Beste der Aneriestes Hilfe 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 lieben die sachen wo auch ich bin ein paar Jahre alt ich bin er war ein du musst links außen musst du Prozent schnell durchführen ein so viel das Gefühl dass die schon fertig sind oder so hattest du die die erst dabei gehabt ich werde sehr sehen was wirst du sehen ob die noch da sind genau neben der Zwischenzeit der Fall was das hat mir gesagt das ist ja ein darfst mit können eigentlich schon sagen wir haben verloren halt damit was soll man denn er so machen können warum hast du versucht in Lava zu schwimmen mann alle anderen aufgewacht und zwar so lustig aus hier oder sind die wirklich weg ja noch nicht sei es nix hier sind nur diese Drecksviecher von Blazes wo bist du denn genau gestorben da wo du gerade bist ich bin mal über der Lager es geht besser in den anderen Besten lassen es ist nicht gespielt ein wenig würde ich sagen Prozent ein Teil der Eichhörigkeit aus dem Jahr die Schürferscheid Prozent sie ist es noch ein bisschen irgendwo mit mit aber nicht na gar nicht nur zurückgegangen ist kommen kann ob die schaden die erst haben er verloren Nadia und auf ich es ist irgendwie hier auch die Dauernacht gerade oder ja ich auch das ist hier was ist ein Wunder geschehen ich bin wieder in meine Sachen gekommen aber und dort nein nein aber es ist keine Wolle dabei es kann sein dass sie noch ein bisschen weiter tiefer gefallen ist lauf ich bin hinter dir ich schaffe es nicht darunter ich habe nämlich nicht mehr genug leben ich habe hier immer noch das essen von vor vier stunden oder zwei stunden seid ihr auch hier jetzt ja guck mal da unten liegt da noch irgendwas ich habe sachen liegen meine feste Wolle bei ist ja die Wolle bei ach das wir sind noch nicht da unten wir sind noch nicht da unten er doch mal aber das ist doch richtig da erwartet was kann sein dass er sachen von mir untergefallen sind leider nein super denn es ist alle Wolle die Spuren in der Nase anheitlich ach so wenn man den Chat schreiben dass bei uns die ganze grüne Wolle macht doch die Spuren ist ich klingelt nicht wir müssen jetzt nur noch hast du die meine ganzen sachen also nicht meine sachen sondern meine blöcke wer wo bist du Lukas Nein ich hasse Skelett ich hasse sie so Gott kreis oh mm ich muss hier irgendwie wieder runter kommen alter da bist du ja hi ich habe zu wenig Leben um da runter zu springen kannst du vielleicht hier mal Blöcke hinsetzen unter mich ich habe gerade keine Blöcke hier ich habe keine Blöcke hier ganz viele hier ganz viele so dass ich hier irgendwie runterkomme da war er schießt er schon an einem Bett steht ein Zombie so dank er soll passen das sei nicht wahr 20 Eisen kommt nicht rein über die Lava und schaff es dann Nein! Nein, tu es nicht! Fick, Alter! Warum nur? Bist du gestorben? Na. Gut. Ich hab gerade so Bock, mich darüber zu bohren, einfach zu schreiben. Nur ne Sache, ihr solltet nicht sterben jetzt. Warum? Bett aufgebaut! Das Bett ist diesbezüglich, weil ein Gasp da reingeschossen hat. Okay, gut, dass du es sagst, ich wollte gerade... Weh, das Eisen ist jetzt auch, wenn ich sag's dir. Nein, ich hab's mit der Truhe gepackt. Ah, das ist ja gut. Oh Gott, unsere Base einfach, was alles rumlummert? Sag mal, wenn du das Bett wieder geplaced hast. Oder nee, welches war das? Welches Bett war das? Das ist an der Hauptbay, also hinten am Ende da, hinter den Pilzen und Bläsen und was weiß ich. Den fehlt nur noch die blaue Wolle. Ja, uns ja eigentlich auch, ne? Ja, ja. Wir hätten die grüne ja eigentlich. Die benutzt schon ihre Wolle zum Bauen. Aber statt dass ich in die Regeln, dass sie nicht mit der Wolle block daumen bauen würden? Oh, Regelverstoß, wir haben gewonnen. Das wär's ja noch, Alter. Schreib das mal in der Regel, Verstoß, man darf nicht mit der Wolle blocken. Ich kann grad nicht, ich versuch jetzt mal da rüber zu gehen. Hier ist Eisen, yay! Ey, selbst in unserer Adder der anderen Basis ist ja schon Skelett gespawnt. Achtung, das bin ich. Ja, ich weiß. Ich versuche mich jetzt mal da rüber zu bauen. Und wir sind ja gar nicht so viele Monster. Gib die Rückendeckung, ich hab's auch nur noch ein Herz. Oh, ich hab nur noch zweieinhalb. Läuft bei uns. Wart mal, Achtung, ich geh rüber. Oh, fast hätte ich auf dich geschossen. Fast hätte ich dich getroffen, muss man eigentlich sein. So, okay. So, wo geht man denn am besten? Okay, geh rüber, geh rüber, ich geh die Rückendeckung. Probier da über diese. Woher zu kommen. Boah, ich hab schon mal ein Kling, woher. Bläser, Bläser. Nein! Doppelkill! Oh, ne, ich bin wieder ganz am Anfang. Na, wir kommen im Club. Warte mal. Ja, den fehlt nur noch die blaue. So gesehen sind wir der Schachloch. Trag mich grad nur. Und es ist auch noch Nacht. Es ist immer noch Nacht. Es wird nicht mehr Tag werden. Ewige Dunkelheit und so. Immer noch nicht, bin ich zum Pilz wie umgekommen. Gleich wird gerade von zwei Skeletten attackiert. Autsch. So, jetzt erstmal schnell pennen. Hä, wo ist die? Oh, hä. Hä? Was ist dumm? Also, das hätte ich mir irgendwie ganz anders vorgestellt. Ja, eindeutig. Ich dachte eigentlich erst, das wäre diese Spielmodi, wo man einfach zum Gegner rennen muss, den ihren kompletten Wallblock abbauen muss und dann gewonnen hat. Das wäre in dem Fall wirklich lieber gewesen. Weil es ist immer schon 21.25 Uhr. Autsch. 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 wissen soll auch so laufen würde wie am Anfang ne aber da war es noch lustig er war ja einfach so in Lava so inkompetent grisemisch schweiß Mistvieh ist nicht endlich mal verbrennen keiner braucht die und bewiesen es ist mit der mit der grünen Wolle fragt man immer ob wir neue Grüne Wolle bekommen können von irgendjemandem der Trenngröße wieder von der Hörer aus ja wenn auch die Möglichkeit oder gute Idee zu machen und haben wenigstens was zum verlieren jetzt haben wir noch nur gar nichts das so wenigstens was denn jetzt hat mir immer er hat meine Brücke kaputt gemacht so wollen das werden wir wollen oder zu der anderen Wolle bisher ist er da wirklich die Wolle komm bitte ich schaffe es ich schaffe es ja ich hab's geschafft oh da ist ein Skelett drin nein bitte nicht ich will nicht mehr ich hab's einfach endlich geschafft durchs Pilzbium durch aber ne da muss ja ein Skelett im Ding spawnen in der Base ja ja das hab ich grad auch das hat mich grad auch begrüßt da ist immer noch ein Verzauberungsstrich drin da ist immer noch ein Verzauberungsstrich drin ich habe die alte Base wieder gefunden Prozent hallo und auf dem Kopf wieder dass ich jetzt rüberspringen wer noch nicht seit den Zwischenabendungen überspringen und ich kann immer nicht im Bett schlafen okay sieht mega gut aus gerade für wen für mich wer hat dazu gebaut das war ich das Geld hat mich angegriffen ich will nicht warum haben wir keine Nacht ich will schlafen ja bei der Nacht dann bringen sie uns wieder um alle ja entweder wir schlafen entweder wir sterben oder wir sterben es gibt nichts dazu hä wo ist denn jetzt die Logik da ist keine Logik siehst du das Problem nein ich neun nein ich will hier jetzt schlafen bitte bitte sag mir mal bitte Bescheid wenn wieder Nacht ist in der Zwischenzeit schreibe ich mal ein bisschen vielleicht kriegen wir grüne Wolle so am besten einfach unten in die Kiste rein und passt das ich bin nicht anders als vorher ich will schlafen wenn ich sterben kann ich habe mich ich habe mich nur noch ein halbes Herz und keinen Hunger mehr 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 ich versuche jetzt echt zu dem mal rüber zu springen nein genau hallo antwortet mir ich will neue Wolle was macht ihr gerade so ich stehe hier und warte auf die Nacht das ist ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin aber es sei nicht wahr das ist falsch so ich bin er ja bitte antwortet da jetzt nicht drauf ich bin ich sage nicht antworten man entweder will man Tage oder man will Nacht aber jetzt nicht nacht also mach nacht nacht ja aber wenn der Nacht ist dann wird es wieder Tag haben ja vielleicht nur einmal pennen kurz das was wir alle machen ach ist das langweilig hier in der Base AIM in der Base AIM in der Base AIM und auf die Nacht zu warten komm doch aus spiel mit den Leuten die rumlaufen ja garantiert ich komme raus und bin sofort gut wahrscheinlich dir fehlt aber eventuell ein bisschen Gewirn und ein bisschen Fleisch auf der Haut aber sonst ist alles in Ordnung sonst sind die auch anatomisch gesund naja sonst naja sonst oh god damnit da hatte ich grad mal wieder 40 Erde und hätte uns hätte darauf zu diesem Gas Spawner gehen können aber nein das hallo in der Grüne Wolle antwortet wir haben Wolle ist Leute ich weiß wo das letzte Stück Wolle ist so ist es so und haben wir hatten Gast und ganz unten ganz ganz unten der Lavasee unter dem ersten Lavasee wie wie weil ich sehe es nicht wundern das ist der Tor warum warum sagst du denen das denn bei dir auch wissen wo ihr ruhig steht meiner noch so schade so man ich will da jetzt fänden wenn wir verliösser Welt gekickt ich finde an der Met ein bisschen blöd dass man so viel zu wenig Kontakt mit dem mit dem anderen Team hat ja weil ich jetzt aus einem anderen auch interessant weil wir uns halt gegenseitig noch töten konnten nur jetzt ist es halt langsam nur noch und ja wer überlebten am längsten ja genau er ist der ist der letzte Wolle Block ganz am Anfang ganz unten oder ja unter dem ersten Lavasee da ist der aber der ist halt auch noch von oben von Bedrohung geben heißt du kannst dich nicht von unten herangraben aber du kannst auch nicht ich habe zu uns irgendwie wenn ich ganz tief runter würde und dann einfach rankommen ich habe auch keine Ahnung wie das kann ja sein dass man ganz am Ende der Map was man das da irgendeine Göttinger Eingang gibt nur noch einmal ganz durch muss das sein und mal zum Sporn ja geht schlecht ne ich mich einfach mal die Worte erwarte ich komme jetzt hier und es wird schon ihrer Seite Brotten ist nicht auf deren Seite gegangen das ist sehr leicht das soll also zum Sporn kommen das ist ja was dann Kiel ich mich jetzt oder ja die haben alle ich denke mal die haben die komplette Wolle okay dann Kiel ich mich jetzt mal ja sieht fast so aus die stehen da alle ja die haben alle ja wie hätte es denn auch anders kommen können ey win 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 super ihr seid die Besten ey wie ihr anderen was ne Geburt ja 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 das hätte gar nicht anders kommen können erstens unsere grüne Wolle ist also wir sind gestorben aber die aber die blaue auch nicht geholt ja ist halt nicht hingekommen ne wir wollten jetzt erstmal die grüne haben bevor wir überhaupt nicht am Anfang wer hat die blaue gerade weggenommen wer klaut hier bei uns da oben da oben hä wie hä nein dann platzier du nochmal schnell ja cool das hat doch Bock gebracht nach zwei Stunden ja total ich bin froh dass es vorbei ist ich glaub da bist du nicht der einzige ah cool ja schön war super ja nie wieder was kürzer die beiden sind ja dort gestorben ich kann dafür nichts jaja jetzt geht das wieder los das geht bei Multiplay auch schon so ja ja gut dann würde ich sagen wenden wir das ganze hier mal ja klar Anna ein ganz herzliches Dank fürs mitmachen hat sehr viel Bock gebracht ich würde mal gerne ins Silda kommen irgendwie ich hab das doch gar nicht gesehen ich kann es nicht bezeugen aber nein ich bin ja am Arsch der Welt ja da bleibt nicht so schnell sterben erhebende von ich glaube wieder bei mir ich habe ja doch war doch das Bett ab nein das ist mein Bett lieber der Lukas also auch an alle Zuschauer ganz herzlichen Dank fürs Zuschauen schaut auch gerne bei den anderen Kanälen vorbei je nachdem wo ihr guckt alle Links findet ihr in der Videobeschreibung und dann sage ich einfach mal bis zum nächsten Mal und tschö mit mir so das war auch schon der letzte Teil vom Race for the Bull Event ja ich denke es wird in näherer Zukunft auch noch mal andere Videos mit den mit den Jungs geben mal gucken was sich da noch so erlebt ne äh der David konnte jetzt bei dem nicht dabei sein er war halt dieses Wochenende nicht da kann man nichts machen ne ich hoffe natürlich es hat euch gefallen auch wenn wir jetzt dieses Spiel leider verloren haben aber das war natürlich auch eigene Dummheit wenn ihr sehen wollt wo sich das letzte Stück Wolle befindet dann schaut doch mal beim Tarok auf dem Kanal vorbei und schaut euch da die letzte Folge an da haben die nämlich das letzte Stück Wolle gefunden was uns noch gefehlt hat und ja so dann könnt ihr jetzt auch schon sofort weiter gucken yeah und zwar links auf der linken Seite wenn ihr dahin klickt kommt ihr zu 20 Google Easter Eggs passend zu Ostern also ist ja jetzt schon vorbei aber damals als das hochgeladen wurde ach das waren noch Zeiten da war es passend zu Ostern und rechts kommt ihr zu der letzten Mod Vorstellung am Sonntag und zwar dem Vailia Mod das war es dann jetzt von meiner Seite und ich würde einfach mal sagen tschüss bis zum nächsten Mal ne tschau Leute